und damit herzlich willkommen zu einer weiteren runde survival of the fittest und ja ich denke ich hoffe dass es heute mal länger als fünf minuten gehen wird denn ja langsam wird peinlich und auch blöd und es macht auch keinen spaß mehr wenn man die ganze zeit direkt am anfang voll kassiert und ja jetzt hoffe ich mal dass es besser läuft und ich mich besser verteidigen kann hoch denn ja gut da laufen gerade viele in die mitte das ist schon mal gut davon läuft einer so jetzt gehe ich auf me the match weiter hatte ich habe doch genug so kommt schon das sind die lo weg 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 ich hasse diese fücher zumindest wenn am anfang später kann die ruhig ankommen die die los aber jetzt noch nicht ok flint 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 ja nehmen wir schon mal ordentlich was mit so jetzt machen wir gerade mal so upsala das war ein bisschen zu viel weit zwei level zu viel naja wer weiß wofür es am ende gut ist dafür bräuchte das auf jeden fall jetzt nicht mehr skillen ok machen wir gerade noch mal 123 davon auch noch mal welche gerade immer ein bisschen umgucken dass hier auch ja keiner kommt gerade wäre das nicht so schön ja wir können noch ein bisschen machen das ist gut stamina und movement so fiber wedge machen wir noch ein paar pfeile und jetzt brauchen wir height falsch so ok jetzt weiter 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 wir laufen hier mit dem bogen rum falls wir jemanden sehen dass wir den erstmal schön weghanten können sofern dies möglich sein sollte davon ist ein spino der erste ist jetzt erst gestorben ok nein es ist rain ok ok nicht mit mir mein freund das nehmen wir uns das dass das zeit aus und jetzt müssen wir uns irgendwo unterstellen verlegen verlegen wir hier noch verlegen wir hier noch ok sterben aber jetzt viele ok ok tauschen wir das hier so aus kopfbedeckung haben wir jetzt noch nichts macht aber auch nichts das auch noch mal so weg hoffen wir dass das jetzt so ja jeden moment aufhört acid rain ist halt nicht so toll flint fehlt dafür nur ok ja so viele tode da sagt einer was im chat ok dann moment dann das hätten wir auch nun holen wir uns den machen uns das hier skillen ein bisschen leben hauen das weg und nun schauen wir mal wir gehen mal auf die andere seite da sind wir glaube ich ein bisschen sicherer für das erste und dann wird mal geschaut was wir hier so veranstalten können also ich habe zumindest jetzt schon mal länger überlebt als die letzten paar male das ist schon mal gut jetzt kann man doch schon mal nicht meckern was das angeht was das angeht solange der jetzt nicht hierher kommt erstmal gleich sind da die piranhas wenn nicht so schön ja er liegt gucken wir ob hier piranhas sind oder so oder ob er sie alle erledigt hat sieht gut aus sieht gut aus level 3 level 3 ja nicht verkehrt jetzt brauchen wir aber narkotiks also narkobeeren erstmal sammeln wir einfach mal ein paar damit wir da ein bisschen was haben da ein bisschen was weg hier einfach das so und jetzt gucken wir mal ob ich hier prime bekomme komm her komm her drag wow so so komm prime habe ich einen ja einen prime habe ich nice so So, machen wir uns mal ein Lagerfeuer. Gerade mal hier schauen. Movements hoch. Äh, Campfire, wir brauchen noch Thatch. Wow. Wow. Kacke, Mann. Ach, nö, nicht schon wieder, Mann. Hat der ein Glück? Ich hab grad nur Pech. Nee. Aber ich hab mich gut verteidigt. Blöder Dilo. Ganz ehrlich, ich hasse diese Viecher. Ich hasse sie. Okay, egal. Dann, ja, was ist wieder für diese Folge? Sie wird, ich steigere mich. Ich werde, es wird immer länger. Merkt mal. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.